Moin und herzlich willkommen hier bei MEG. Heute bauen wir mal eine neue Zielscheibe und zwar für meine neue Scorpit Deathstalker 415LT. Ja, und ob die Zielscheibe dieses Monster aushält? Man weiß es nicht. Bleibt dran! Um diese Zielscheibe geht's. Die ist jetzt schon reichlich beschossen worden und die muss dringend neu gestopft werden, denn mit dem Scorpit geben wir Pfeil rein und hinten wieder raus. Das ist natürlich nicht so gut, aber das kann man relativ einfach wieder flicken und ich mache das jetzt Schritt für Schritt. Ich zerlege das Ding und dann seht ihr auch was da drin ist, dass ihr es auch nachbauen könnt. Hier ist die Zielscheibe und ich trenne jetzt mal das Panzertail auf, was ich hier zugemacht habe. So, ich schneide das jetzt hier einfach raus. Jetzt kann man so gut sehen, woraus das Ziel eigentlich besteht. Es ist nämlich einfach einer dieser 10 Kilo Säcke mit Industrielumpen drin. Das ist dann in so einer Vakuumfolie geliefert. Die Folie ist jetzt kaum noch zu erkennen, aber das ist gar kein Problem, dass das jetzt so aussieht. Ich will zuerst mal an den Folienresten ab und da rieselt uns auch einiges raus. Und das Paket packen wir jetzt direkt wieder ein und zwar in diese Tüten, die großen Einkaufstüten von Action. Ich würde euch wirklich die von Action empfehlen, nicht die von Aldi oder sonst wie. Ich habe hier eine von Rewe zum Vergleich. Das ist so ein ganz dünner Stoff. Klar, da ist auch ein Gewebe drin, ja, aber an sich wird einfach so Stoff auf diesem Gewebe aufgeklebt. Und bei diesen Tüten habt ihr so eine richtige planen Struktur. Also da kann ein Pfeil auch wirklich durchgehen, ohne alles zu zerfetzen. So, dann klappt ihr euch einfach mal die Tüte rauf und stülpt die jetzt über diesen Block. Wenn der Block noch ganz neu ist, dann geht das relativ einfach. Bei mir ist das jetzt nicht ganz so leicht, weil hier so viele Teile raushängen. Einfach zusammendrücken und reinziehen. So, jetzt habe ich das ungefähr zur Hälfte drüber. Und jetzt nehme ich einfach mal die Tüte an den Griffen und klopfe das da rein. Und an der Stelle würde ich jetzt hier einmal gerade mit Panzertape das Ganze fixieren wollen. Dazu nehme ich mir hier einfach Panzertape, das ist übrigens auch von Action. Würde ich euch auch empfehlen da auch zu kaufen, weil es einfach saugünstig ist. Fahrt ihr einfach zum Action, kauft euch ein, zwei Rollen davon und ein, zwei von den Tüten. Dann macht ihr da entweder wie ich hier Industriepresslampen rein oder einfach alte Socken und alte Unterhosen. Und natürlich auch alte Strumpfhosen, das geht alles. Also, Hauptsache Textil. So, jetzt haben wir das ja theoretisch schon fertig. Aber ich möchte es natürlich ganz, ganz sicher haben. Und deswegen mache ich da noch eine zweite Tüte drüber. Und hier ist jetzt aber auch wichtig, dass die jetzt nicht einfach von unten drunter kommt, dass wir jetzt quasi zwei Typen übereinander haben, sondern die kommt jetzt von oben drüber. Und auch hier wieder das Gleiche, wenn ihr ungefähr bei der Hälfte seid, könnt ihr einfach auch wieder umdrehen. Und dann zieht sich das von alleine rein. So, und wir sind auch schon fast fertig. Und dann klebt es im Grunde jetzt eigentlich nur noch zu. Da bei mir der Stoff schon jetzt wirklich vorgelastet ist, würde ich den jetzt noch einmal neu verdichten. So, jetzt sind wir hier noch verdichten fertig. Und jetzt müssen wir nur noch einmal uns das absichern. Dazu nehme ich hier einen Streifen. Klebe das hier. Das Gleiche auch auf der anderen Seite. So, und eigentlich sind wir jetzt fertig. Ich mache jetzt hier noch ganz, ganz viele Streifen. So, dass das auch auf keinen Fall auftritt. Aber das muss nicht unbedingt sein. Bei mir ist das jetzt natürlich ein Extremfall, weil ich da mit 415 FPS drauf ballern werde. Wenn ihr da jetzt nur eine Excalibur drauf schießt, dann passt das auch ohne dieses Zukleben oben. Und ich bin mir auch ehrlich nicht sicher, welchen Einfluss das überhaupt hat. Mal schauen. Im Grunde sind wir fertig. Jetzt fehlt nur noch irgendwas, was wir treffen wollen. Hier kann man sich natürlich sehr einfach machen und einfach mit einer Farbsprühdose drauf sprühen. Oder auch mit einem Edding einfach drauf malen. Das geht natürlich auch. Wenn man ganz clever ist, setzt man erst den Pfeil drauf und malt dann drum herum. Leider Spaß am Rande. Man kann sich aber auch einfach sowas ausdrucken und dann mit Panzertape draufkleben. Im allerbesten Fall macht man dann natürlich eine FITA-Scheibe drauf. Da gibt es einmal die ganz normalen ausgedruckten auf Papier. Und dann gibt es welche, die auch aus so einem Planstoff sind. Das ist natürlich dann am allerbesten, weil die hält dann auch noch recht lange. Das geht, hält aber nicht besonders lange. Aber kann es dann halt schnell austauschen. Und dann gibt es auch noch diese Aufklebeziele hier. Die gibt es zum Beispiel bei AliExpress oder auch bei Amazon. Das hier, keine Ahnung, wer das kommt ehrlich gesagt. Das hat mir der Pete von Crossbow Concepts mal mitgebracht. Vielen Dank Pete für diese Zielscheibe. Ja, und ich würde sagen, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Test. Und dazu fahren wir jetzt in die Kiesgrube. Selbstverständlich habe ich es nicht geschafft, in die Kiesgrube zu fahren. Ja, es ist schlechtes Wetter und Corona und auch noch ein paar private Sachen dazwischen gekommen. Naja, ist dann so. Dann testen wir das jetzt hier auf aller, aller, aller kleinstem Raum. Da steht die Zielscheibe. Da ist die Scorpit. Und ich würde sagen, wir legen mal los. So, Sicherung ist drin. Es kann nichts passieren, während wir den Pfeil einführen. Außerdem verhindert ja die Q-Knock, beziehungsweise wenn keine Q-Knock drin ist, dass der Pfeil überhaupt erst losgeht. Jetzt hat es Klick gemacht. Das Ding ist drin. Ich kann also schießen. So, mache ich mir noch meinen Scope auf. Das ist hier das Archie Optrix Scope. Das teste ich jetzt mal. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Sehr cooles Ding. Ich bin mal sehr gespannt. Es steht noch eine Zielscheibe dahinter für den Fall, dass wir durchkommen. Wir versuchen es mal. So, dann schauen wir doch mal nach. Und das sieht erst einmal gut aus. Also der Pfeil ging rein, ist nicht durchgeschlagen. Aber wir haben hier direkt den Impuls auf der Rückseite bekommen. Also, ja, ist die Frage, ob das auf Dauer gut geht. Ich würde sagen, wir machen noch zwei weitere Schüsse. Und gucken uns die Scheibe da mal von hinten an. So, aber erstmal gucken wir, wie leicht man denn den Pfeil rausziehen kann. Geht das mit zwei Fingern? Oh ja, das geht. Das ist schon mal gut. So, den gleichen nochmal. Und, klick. Huhuhu. Dann. Okay, und den ziehen wir jetzt nicht. Sondern wir setzen direkt einen zweiten daneben. Wichtig, daneben. Denn die Pfeile sind wirklich, wirklich teuer. Wenn man hier mal den, ja, ich sag mal Spielzeugbereich verlässt. Und halt auf die großen, dicken Dinger wechselt. Bei mir kosten die Pfeile so zwischen 10 und 14 Euro. Je nach Ausführung. Deswegen Uff Puzzle. Das eben waren Archäopteryx Pfeile. Jetzt mache ich mal hier einen Black Eagle. So. Junge, das ist Knallgas. Okay. Wir gucken es uns an. Okay. Also auch diese beiden Pfeile wurden gehalten, ohne dass sie hinten durchschlagen. Aber es ist absehbar, dass das nicht allzu lange gut geht. Also hier kommt echt jedes Mal der Impuls drauf und schlägt die Rückseite durch. Ja. Was machen wir jetzt? Ich könnte natürlich versuchen, das ganze Ziel einfach noch in zwei weitere Tüten einzupacken. Aber es ist so ein bisschen die Frage, ob das das Problem löst. Ich denke, letztendlich komme ich nicht darum herum, mir einen Speedback oder etwas anderes zu besorgen in dieser Richtung. Falls ihr dann eine Empfehlung habt für Armbrüste über 400 FPS, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ja. Und das war's hiermit für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Und... Ciao. Herzlich willkommen bei Crossbow Dynamics. Wenn du hier reingeklickt hast, kann man glaube ich schon sagen, dass du entweder Armbrüste schon schießt oder dich dafür interessierst. Wir uns auch. Wir lieben Bögen und Armbrüste. Und vor allem möchten wir mit neuen Ideen und neuen Entwicklungen den Bogensport noch spannender und vor allem noch dynamischer gestalten. Als erster Schritt arbeiten wir jetzt intensiv daran, einen organisierten Sport für Repetier-Armbrüste zu schaffen. Das heißt, etwas wie eine Stinger, eine Adder, eine Vlad. Alles was es am Markt gibt in diesem Segment. Alles was kommen wird. Meld dich noch heute an und bereite dich auf das ultimative Armbrüsterlebnis vor. Ich freue mich auf dich.